Das ist Bimo Banjo. Er will der beste Timo-Spieler auf dem ganzen Planeten werden. Ob er der Solo-Q gewachsen ist, werdet dieser Series erfahren. Seht nun Timo Road to Glory. Heute Road to Platin Wie schon im letzten Video erwähnt, ist es mein Plan, heute Platin zu werden. Jedoch hatten meine Team-Maits einen anderen Plan. Natürlich. So schnell kannst du gehen. Er ist tot. Blick. Ich kann eigentlich W-Second-Maxen. Scheiße, man. Hätte ich das mal gemacht. Mein Wutze brauche ich Q. Oder dürfte ich damit seine Jumps blocken? Ich weiß nicht. Okay, was auch immer Botlander macht. Okay, Karsix. Die wollen invaden. Oh, das wird hart. Oh, shit, Alter. Ist das böse. Ist das böse. Oh, Gott. Oh, Gott. Ist das nicht gut. Was ist das B-Fuck am I watching? Was macht es in der Botland? Botland sieht auch nicht gut aus. Ich weiß, Alter. Jetzt wird immer dasselbe. Ein warmes. Stimmt, Bro. Tatsächlich, ja. Was passiert der Botland eigentlich? Wieso ist das Game so hard over? 4-0 mit 140 Farben ist halt schon der erste Geil, aber... Ich hätte einfach gewonnen schon von Zed, I guess. Jetzt müssen wir uns irgendwie versuchen, ein bisschen... Keine Ahnung. ...dem Team zu helfen. Wir sind alle in meinen Schum gesteppt. Gut, ich werde dann einfach gewonnen. Das wird jedem fetten... Egal. Vielleicht läuft es in der nächsten Minute besser. Zumindest. Hoffe ich das doch. Oder? Oder? Na, gut, Nacht. Okay, zum Glück hat... Hat Dingens das genommen. Oh mein fucking Gott, ich... Ach... Oh, freu ich mich auf das ganze Game lang. Kommt, Tam. Na, ich bin tot, oder? Das ist crazy. Oh Gott, Alter. Bist du schon fahrt mit Tam. Oh, meine Fresse. Alter, Vater. Na ja, sagen wir es mal so. Alle guten Dinge sind drei. Diesmal lief es wirklich besser. Mensch, Zion. Hey. Okay. Holy, no Flash. Komm schon, Jungs. Komm schon. Weg. Kennen bekommen. Gott bless, Junge. Was passiert da unten eigentlich? Alter. Hat der denn noch versucht zu fighten, Alter? Ist ja verrückt. Ich werde jetzt einfach wegrunnen. Okay. Aber irgendwie wurde das Ganze einfach zu einer Sign-Kill-Compilation. Naja, mein Darkseal hat sich gefreut. Ah, Sion, der Lethality-Sion mal wieder. Okay. Stirb einfach im Gift. Da stirbt der Drawer. Dachte ich mir. Kann ich in Solum? Dachte ich mir. Hey, Uli. Hey, Uli. Was soll denn das? Jetzt kommt Sion noch angerannt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, schauen wir mal, wie wir mit Medrails klarkommen. Wieso waren wir da nicht? Wieso waren wir da nicht? Können wir nicht einfach Barron machen? Okay, ich habe nichts gesagt. Was macht unser Jungler tot? Was machen die Barron? Was machen die Barron? Was machen die Barron? Wieso? 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 Burn ich überhaupt? Hat der Red Buff? Natürlich hat er Red Buff. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, okay, Digger. Kaiser holt Woli Flash. Ich sag da so gar nix, Alter. Okay, okay, wait a minute. Wait a minute. Ich mach grad auch Kills einfach. Double Kill? Okay, big. Big. Okay, herholted Baron, Alter. Was macht Kaiser? Kaiser ist ein bisschen Delulu. Oh mein Gott, was? Er hat ihn geshealt, aber... Oh mein Gott. Okay. Aua. Big. Ah, Blitzkrieg ist noch tot. GG. Alter. Alter. Ist ein anstrengendes Game. Und weil im vierten Game konstant die Miss Fortune seit Minute 1 nur am Flamen war, erspare ich euch das Game und zeige euch die Highlights. Also, falls ihr euch denkt, warum Black Screen ist, es gab keine Highlights. Also, nicht falsch verstehen. Miss Fortune. Can you for once shut the up? Hier war echt, die sieht so über alles auf. Ah, GG, report Miss Fortune, constantly getting and toxic. Heilige Scheiße. Feedback Update. We've issued a penalty to a player in your recent game for leaving the game AFK. We're so too... Da-ba-ba-ba, Junge. Zwei Autofill Protective Games, Lost Mitigated, minus 5 LP. Ich hab mehr Mitigated bekommen als verloren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und weil man natürlich nicht jede Runde gut sein kann, hab ich mich in der nächsten Runde einfach eiskalt carryen lassen. Schaut's euch selber an. Oh, man. Geht ja wieder so weit los, Joel. Oh, Hilfe. Okay, Big Cutter, Double Kill. Okay, Big Cutter, Double Kill. Hey, 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 schlimmer, schlimmer. Also, wieso hab ich denn 10 Jahre eigentlich geslowed? Wie geslowed die Old Dauer auf? Oh, shit, Alter. Na, Digga, das ist fragwürdig, was ich hier mach. Hey. Hey. What the fuck? Oh, shit, Alter. Hey, hey, warum werde ich denn? Ich angeh, dimmelt. Dann könnt ihr bitte... Ich hab nichts gesagt. Wie soll ich denn, wenn ich nicht tank... Okay, keine Ahnung, was ich gerade verspielt, ich weiß es nicht. Ich hab wen getötet, ja, cool, ja, ich bin tot. Ich bin einfach so nutzlos. Wobei, ich hab 10 Rassisten, also ich bin nicht ganz nutzlos, aber trotzdem bin ich nutzlos, Alter. Crazy. Und er will ja noch nicht flippen, oder? Ich mach da gar nichts alleine, auf jeden Fall. Ich will doch jetzt, wir machen den. Hm. Chillig. Okay, ich fight endlich mal mit dem Team, das ist crazy. Cool. Ah, gg. Dann sind wir surrendered. Naja. Sag mal's mal so. Ne, ich sag gar nichts. Plus 38 LP für die scheiß Leistung. Eieiei. Wobei, A plus. Was war das gerade? Und so wie es aussieht, fehlt mir nur noch ein Game, bis ich Platin bin. Ja, denke, was mach ich halt gegen Mondo außer Farmen. Das tötet Mondo einfach, wie wärs damit. Er hat keinen Flash und ist deswegen einfach weggeghostet und ich hab First Blood bekommen. Das gefällt mir tatsächlich, mal wieder First Blood bekommen, sonst bin ich meistens First Blood, weil ich einfach Inter. ATP, das ist cool. Oh, er hat also zwei Qs, ich bin Half-Life. Ich hasse Mondo. Wieso kann ich ihn nicht mit zwei Qs Half-Life machen? Hä, wieso töten die denn nicht einfach? Die hat doch keinen Mana. Jin, mach doch einfach Rechtsklick. Geht doch. Ja, sauber. Double Kill für Cutter. Alter, 502 Cutter mit 8 Darkseal Stacks, Needlessly Large Rod und Hexec Alternator. Die bauen einfach Shadow Flame First. Nur K6. Hey, K6, was soll das? Ey, Wolf, W First. Ich bin so gut, das ist crazy. Ich frag mich öfter mal, warum ich eigentlich so ein guter Timo Spieler bin. Ich bin Mono-Plays, über den Worts, Junge, was denkt, Bro, wo ich bin? Ich glaube, ihr denkt, ich chill dein Busch. Ich laufe jetzt hier gleich vorbei. Ich gebe ihm einfach den dreckigen Daumen hoch. Dodge, Sightsep. Und ich dann einfach weg, weil ich mehr wächst. Mee wächst. Sightsep. 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 Verd찮sep. Er wird eh durch die geschwellt. Also ich weiß nicht, warum Bro überhaupt. Keine Ahnung. Sightsep. Sightsep. Ich hätte ihn töten können, glaube ich. Actually. I mean, er zwar. Machen hat der. Machen hat der Blue Ward. Das ist crazy. alter junge hat zum glück keine q gehittert aber verliere farben dadurch und zwei samms zwei samms old und samm der gern das crazy alter scheiß psychopat alter als gutes ich habe mit team ein bisschen weit mundos unten cool das zeichnet wird sich die gestellte karte alter schwelle games durch oder ich jetzt einfach kasse pumpsen junge ich habe die beste scheiß pose das macht mund oder 1 2 steht das k6 da kommt wir machen ja komm ich dabei wir gucken ob ich es noch drauf habe sagt ja voll drauf habe hey mann ich hab nicht gemisst ein ever miss ja guck mal ciao mundo oh shit oh shit alter tschau je ja okay gut nach k6 was passiert der kater und lauf irgendwie ich bin platin bimo bagno ist platin ja mann das werde ich jetzt ganz schön einfach ans anschauen promote it to platinum 4 folge 6 und wir sind platin was hat die gebaut wird ja 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 ja